In Power Query kann ich eine Liste aller M-Funktionen anzeigen lassen. Diese werde ich als klickbare Hyperlinks in Excel nachher verfügbar haben, also einen Link zur Online-Referenzseite von Microsoft. Dort gibt es die ganzen Funktionen hier nochmal erläutert. Die Funktionsweise ist eine super Referenz. Das gibt es auch in Power Query selbst, aber ich finde auf die Webseite parallel zu schauen, das finde ich doch schon ganz charmant. Und da gehen wir mal direkt drauf ein. Ich habe hier meine Liste der Funktionsnamen schon verfügbar. Ich klicke mal auf einen drauf, auf einen Namen hier. Und dann springt er hier, insofern die Seite so verfügbar ist, auch hier hin. Und die Struktur ist immer HTTPS, Docs, Microsoft.com, en-os, Power Query, minus m. Und dann Table statt eines Punktes ein Minuszeichen und dann der Rest des Funktionsnamens, wie hier Feintext. Das heißt mit dem Teil hier vorne, außer dem T hier, so, kann ich schon eine ganze Menge anfangen. Und das setzen wir mal direkt in Power Query um. Ich wechsle aufs Register Daten und dort bei Daten abrufen erzeuge ich aus anderen Quellen eine leere Abfrage. Jetzt ist es sehr schnell möglich, mit einem kurzen einzeiligen Befehl, gleich, und dann hier das Raute-Zeichen oder Pound oder Hashtag, ne, Lattenzaun, shared. Er erzeugt mir ein Komplettüberblick über alle Funktionsnamen und die erste Funktion hier, Record, das ist der Name der Abfrage. Den nenne ich gleich mal um. Query Funktionen m nenne ich das mal. Und wenn ich das mache, heißt entsprechend auch dieser Eintrag so. Den ersten Eintrag möchte ich aus dieser Liste aber gar nicht haben, sondern nur den Rest. Und man sieht auch, wenn ich hier mal so draufklicke, dann geht schon gleich die Funktion auf. Ich sehe die Hilfe und ich kann auch schon hier direkt meist die Dialoge hier ausführen. Also ich kann eine entsprechende Funktion umsetzen. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte das erst mal als Tabelle wiedergegeben bekommen. Und dort möchte ich die erste Zeile zur Überschrift machen. Klappt noch nicht direkt, wenn ich das anklicke. Dann gibt es einen kleinen Fehler. So, dann sagt er, geht nicht. Ich nehme erst mal die Spalte hier Value weg. Und dann kann ich es hochstufen. So, jetzt habe ich nur die Liste der Funktionsnamen. Würde ich mir die wiedergeben lassen, könnte ich in Excel natürlich schon eine Funktion basteln, die hier auf diese Namen verweist. Punkt durch den Bindestrich austauschen. Das möchte ich aber hier, soweit es geht, vorbereiten. Also bislang ist es nur eine dumme Liste an Funktionsnamen. Aber das ist ja auch schon mal was wert, weil ich hier die Struktur und die Groß-Kleinschreibung der Funktionsnamen mir anschauen kann. Ich gehe wieder in die Bearbeitung. Es gibt die Möglichkeit, auch in Powerpivot die Daten, die ich habe, zu URLs zu erklären. Aber dort kann ich mir die nicht vernünftig als Liste, als Links wiedergeben lassen. Ist mir zumindest noch nicht geglückt. So, hier mache ich jetzt eine neue Spalte. Und zwar klicke ich auf Spalte hinzufügen. Spalte aus Beispielen. Und dort setze ich jetzt zumindest mal den Link zusammen. Das heißt, ich klicke hier hin. Moment, ah, da sehe ich, da könnte ich mir schon was holen. Nämlich den Wert selber von vorne. Okay, das heißt hier würde jetzt entsprechend der Text stehen. Von da vorne ist ja auch schon mal was. Da packe ich mal den Link vor. Und statt des Punkts mache ich einen Bindestrich. Wenn ich das jetzt bestätige, ich klicke mal auf OK. Dann weiß er noch nicht, im nächsten Bereich was damit anzufangen. Okay, also hier ist jetzt der Link eigentlich schon die URL, aber noch nicht klickbar, noch nicht als Funktion Hyperlink. Ich packe nochmal da drunter, das für den nächsten Wert, minus Access, schreibe auch mal ein großes A. So, und dann erkennt der A, der meint wohl immer den Funktionsnamen da vorne und statt des Punktes macht den Bindestrich. Da habe ich jetzt aber nur Links. Wenn ich das so hole, ich klicke mal auf OK. Wenn ich mir die so hole, schöner benennen noch, das sind die URL-Werte. Wenn ich mir die so hole, dann sieht das so aus. Ich klicke mal auf, ziehe es in Excel rein. Dann kommen hier zwar die Pfade, aber ich muss erst einmal doppelt draufklicken, das verlassen und dann kann ich die entsprechend klicken. Dann springt der da auch hin, insofern die Seite wirklich da ist. Ja, die ist auch da. Ja, also das nutze ich für mich selber, um hier eine Referenz auf die Daten zu haben. So, das mache ich noch direkt da ein bisschen. Ich möchte das in einem Rutsch alles haben. Das heißt, ich gehe nochmal in die Bearbeitung. Jetzt habe ich hier einmal den Pfad, das ist gut. Ich habe das, das ist gut. Und ich mache mir mal noch eine Spalte fertig. Moment. Ich mache mir noch eine Spalte fertig. Wo ist sie denn? So. Spalte hinzufügen aus Beispielen. Ich mache es gleich mal ein bisschen breiter. Ich nenne das jetzt mal Hyperlink auch. Und dann mache ich folgendes. Ich ziehe mir den Pfad hier selber. Den packe ich in Anführungsstrichen. So, mache dahinter ein Semikolon. Schreibe von vorne nochmal Value Expression, aber in Anführungszeichen. Also hier, was hier vorne steht. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal wiederholen. Wäre jetzt schön. Ich könnte hier das hier direkt, so kann man das nicht reinschieben mit der Maus. Nein, geht nicht. Ich schreibe von vorne den Wert nochmal rein. Das ist der freundliche, sprechende Name, den ich da haben will mit einem S. So. Jetzt mache ich eine Klammer zu, weil ich habe noch was vor. Vorne kommt noch was vor. Vorne kommt noch was vor. Nämlich die Funktion Hyperlink. Aber das ist ja normal mit dem Gleichzeichen. Hyperlink heißt die Funktion. Ich schreibe es auch mal groß. So. Das wird nicht direkt funktionieren, wenn ich das so mache. Ich muss noch ein Gleichzeichen davor setzen. Ich mache das mal hier einmal. So. Jetzt zieht er mir immer den Pfadnamen. Hier. Den Pfadnamen zu dem jeweiligen Befehl. Ja, kann man das breiter machen. Und dann schreibt er mir hinten hinter noch den Namen, den freundlichen Namen. Das funktioniert noch nicht direkt. Das heißt, wenn ich das ausführe, sehe ich hier zwar den Befehl, aber der ist Text. Ich muss jedes Mal hier einmal doppelt draufklicken. Ja, muss ich das verlassen? Nein, ich muss hier Enter drücken. Und dann habe ich da den freundlichen Namen. Das habe ich nicht vor, jetzt hier jeden Enter zu drücken, sondern ich nehme eine Austauschaktion vor. Das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich, Moment, hier wieder in die Abfrage gehe und aus dem Gleich eine Leertaste gleich mache. Moment, ich gehe auf Bearbeiten. Aus dem Gleich. Das ist ja hier der letzte Befehl. Irgendwo steht das mit dem Gleich. Hier. Da ist das. Ich mache eine Leertaste gleich. Und, ja, jetzt ist hier eine kleine Leertaste. Die beiden anderen Werte will ich gar nicht sehen. Oder will ich doch die URL sehen? Ne, will ich gar nicht. Die nehme ich weg. Das heißt, jetzt wird mir nur die Liste der Hyperlinks übergeben. Und hier jetzt allerdings noch mit dem Funktionsnamen, jetzt drücke ich einmal STRG H und ersetze Leertaste gleich durch. Ein Gleichzeichen, alle ersetzen. Und dann werden das die entsprechenden Funktionen, die werden sofort umgesetzt. Und ich habe die Möglichkeit, direkt drauf zu klicken. Und wenn es die Seite gibt, nicht jede gibt es. Wenn es die Seite gibt, dann habe ich die Möglichkeit, direkt in meine Hilfsreferenz hier zu springen, das parallel zum Tippen aufzumachen. Und, ja, die meisten Funktionen sind ja hier doch hinterlegt. Und da sind eine Menge Funktionen. Man hat ja gesehen, 774 Einträge, die es in M gibt. Und, ja, viel Spaß erstmal damit. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit. Und freue mich wie immer auf Feedback, wenn es gefallen hat, den Daumen nach oben. Und denk mal an ein Abo, das bringt den Kanal ungemein weiter. Tschüss!